hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge mit unserem paladin auf der allianz seite ja man sieht es ist ein zwerg so wir wollten uns usoks geschichte noch anhören von noch einen sohn von ihnen tochter ohne tochter hat auch so sehr schön und jetzt müssen wir mal gucken die müssen doch dass sie haben kommen er ja ich bin mal her von dir und ich will ich auch haben ziehen wir euch mal zusammen macht das auch schon wieder so einer ach hier ist die mal weg laufen fungbold fungbold das ist doch das fungbold aber die sind glaube ich nicht wahnsinnig das sind eher die anderen verstehe ich jetzt gar nicht die sind auch nicht verrückt weil die sind ja auch gelb die greifen uns ja auch gar nicht an eigentlich doch geht hat geklappt der dahin ist auf jeden fall wahnsinnig an dem noch bestimmt später angreifen so war hier da sind sie doch kommt herr kommt zu papa papa möchte nur ein paar proben von euch könnt ihr mir einfach mal so geben auch nicht weglaufen ich brauche eigentlich da kommen dann heilen wir uns mal wieviel proben brauchen aus sieben so es kriegen wir zwei eine ok das sind leider keine krieger die bleiben wir mal weit weg stehen deswegen nur noch kurz gucken das war dem mal schnell zusammenziehen ist bei denen immer schlecht ich habe kein ziel du hast kein ziel aus weiß ich so na komm her du kommst noch hinten auch mal her ja wie gesagt er bleibt hinten stehen und schießt auf uns jetzt sind sie beide bei mir halten wir uns mal warum noch die weg euch bringt es nicht wenn ihr weg läuft ihr sterbt sowieso ich habe kein ziel so es war auch noch fünf proben lalalalalalalalalala so hier sind auch noch mal zwei die schön zusammenstehen also ein paar mehr kommt auch noch mit da möchte ich dass ihr hierhin kommt da konnte er wo das reicht glaube ich 1 dann noch mal ich kann fast zu viel gut dass die mich schaffen zu töten aber schaffen sie nicht da schaffen sie nicht zuerst etwas an wie sie zwei proben sehr schön zack zu haben auch heilen bitte ich habe kein ziel schade nichts bekommen so jetzt müsst ihr beide daran glauben zack zack zusammen bitte lässt sich einfacher der schaden aufteilen eine heilung ist dann noch kurz fällt einfach mal als erstes um noch zwei proben versteckt ihr euch da ist keiner mehr für einen land ich jetzt nicht für einen land ich jetzt nicht fliegen wir mal da hinten hin da müssen wir sowieso die aufgabe abgeben können wir auch da einfach mal schnell hinfliegen wunderschönen guten tag ich möchte nur ein bisschen proben von euch haben aber wo seid ihr denn da da sieht das doch aus als man da die proben kriegt ist auch jeder kriege hört sich doch gleich besser an der scheint aber nicht so verrückt zu sein so aggressiv aber das soll erst mal nichts heißen kommen erst mal mit komm mit komm mit so zeig dann habe ich mal erst mal euch drei vielleicht haben wir ja glück alle drei zusammen da fällt schon der erste um also die kriege sind nicht so standhaft wie die jäger 1 1 brauchen wir noch nachkommen hier 23 brauchen wir jetzt machen auch aus drei einbekommen gerade eben dann machen wir auch noch mal drei sehr schön und da ist unsere letzte blutprobe und ich sagte wir dürfen sie da abgeben aber leute wir fliegen jetzt einfach nach da oben da ist nämlich ein flugpunkt da können wir von da aus einfach mal wie schnell wir zurückfliegen deswegen fliegen wir jetzt mal hin das sind riesenbäume riesenbäume ich glaube diese ein bisschen vor ich glaube die hätten wir töten sollen hier bekriegen sie sich sogar okay dann müssen uns erst mal noch nicht ein erst mal wollen wir die aufgabe abgeben und dann müssen wir mal zurück zur zur helfe nun mal hier bericht erstatten und die blutproben abgeben oder erstes alle ganz lager hier müssen wir doch glaube ich später noch pferde fangen mit mürchen anhangen oder war das so das thema auf jeden fall aber bevor wir hier was an die man abgeben machen erstmal da hinten fertig den könig freund sehr schön jetzt fliegen wir noch mal kurz zurück so dann wollen wir mal gucken was sie uns gleich noch für eine folge aufgabe gibt wer ist denn eigentlich alles online können wir mal gucken nach nur eine app so wie weit ist denn naja ist hier vorne aus schlund raum schlund da sind wir gerade an den großen baum vorbeigeflogen festung traktoren ok ursocks höhle oder wenn man bestimmt nachher hin ich glaube das auch der weg den mann da kämpft in einer instanz zu ihm aber nicht mehr sicher ich glaube gegen ursock müssen wir hier noch kämpfen kriegt man hier sogar nicht als droide zu ihnen werden hier seiner krallen fäuste handschuhe ihr wisst was ich meine ich glaube das war auch ja ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher so dann wollen wir mal sagt ach warum gleich auf monti ist er direkt hier neben so abgegeben abgegeben so ein samen möchte in der 18 anfang besorgt ok schaffe und ab geht's in den großen baum leute ab geht's in den großen baum dass man sich durchschlagen dass wir irgendwann irgendeiner tanne hängen bleiben sind das fichten man mit bäume man weiß es nicht so man mit wo ich hatte früher war also bonsai bäume gekauft aber ich hätte sie einfach da drin lassen sollen ich habe sie gleich umgepflanzt meinte ich meinte es einfach zu gut da sind sie mir eingegangen leider 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 ich hatte auch nur so klein mann baum selber gezogen aus den samen das war ok habe es auch irgendwann vergessen zu gießen aber ich werde das wahrscheinlich noch mal machen und da mal ein bisschen intensiver oder muss ich mal gucken so ist es januar bald geht es wieder los im garten die baumer neue hochbeete müssen wir mal sehen wie dieses jahr weiß nicht ob jetzt derzeit schnee liegt ich nehme das ja schon im voraus auf da liegt noch kein schnee so ja aber ihr seht es jetzt müssen wir mal ja absteigen hier soll noch was verbrennen da unten sind diese armen hier wächst auch schon wieder einer hier wächst auch schon wieder ein baum acht samen brauchen wir sind hier noch welche nö was gut ist wir können hier einfach fliegen so was sollen wir denn hier verbrennen hey 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 da ist ein samen da ist ein samen kommt mit hier ich glaube nicht dass wir den verbrennen müssen oder alles der kiste oder so ist drin sehr schön jetzt greift er uns an aber in seine kiste geguckt haben da sind wir schon so gut zu dir und du willst uns trotzdem töten und so kommen wir her so und auf mountain wieder hier sind keine samen mehr auf die seite hier ist auch nix ich glaube das hier unten müssen wir verbrennen oder gucken wir mal hier ist auf jeden fall noch mal ein samen das sieht irgendwie nicht nett aus was wir hier machen war davon mal ein foto wir sind zurück und noch eins weil es so schön war und auf geht's jetzt brauchen wir noch vier samen die kriegen auf jeden fall jetzt noch schnell zusammen nehmen wir die aufgabe auch noch ab hier müssten draußen auch ein sammeln liegen ja jede menge nur eins mal zwei klar dass uns angereist ich mache mal schnell ko wird gewordener bär oder halb bär das weiß man nicht so was du für eine mischung bist so kommt so und jetzt noch ein samen werden wir ja wohl finden er schießt uns mal nicht ab da ist hinten ein samen haben wir erledigt sagt auf mountain dann gehen wir die aufgabe noch mal schnell ab den ganzen weg wir zurückführen wir brauchen echt mal schnelles fliegen schnelles fliegen das wäre schön dann gehen wir die zwei aufgaben ab und dann sind wir ja das schafft man nicht ganz das sind knappe 50.000 so viel ip kriegen wir glaube ich nicht so viel ip kriegen wir glaube ich aber wenn ich mich gleich auslogge gehe ich gleich noch mal ins gasthaus wieder dann wird der ip balken bleibt dann noch immer noch wieder ein bisschen blau bis zur nächsten aufnahme das ist gut so kann ich hier schon mal einen haken machen kurz auf meinen ich habe mir jetzt neu angefangen weil sonst hatte ich mal so ein schmierzettel was ich schon aufgenommen habe und dann wusste ich nicht ob es schon hochgeladen hatte und diesen das ist halt mir so schön eine liste ausgedruckt eine tabelle wo alles drauf steht das ist super leute das ist nochmal schnell ab die asche die samen also wir müssen das aussuchen nehmen wir mal den ring mit was auch nicht viel besser vier gold wenn wir das mit so und danach sollen wir gegen das zu dritt das schaffen wir auch alleine leute aber ich würde sagen nächste woche geht es weiter da machen wir mal wieder in instanz und dann kämpfer gegen ursox wenn es euch gefallen hat dass mir kommentare da feedback vielleicht noch oben oder ein abo würde mich freuen bis dahin sage ich auf wiedersehen und tschüss